Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich kann es nicht glauben, aber der erste Monat dieses Jahres ist einfach schon wieder vorbei. Und ich dachte mir, nach dem letzten Jahr kann es nicht möglich sein, dass es sich anfühlt, als würde das Jahr noch schneller vorbeiziehen. Aber guess what? 2023 ist nicht hier, um da zu bleiben, sondern es geht zack, 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 zack. Und eigentlich können wir auch schon wieder Adventskalender auspacken. Ich freue mich, dass ihr heute hier mit dabei seid zu einer neuen Runde Drogerie-Neuheiten. Ich zeige euch hier wieder meiner Meinung nach die spannendsten Make-up- und Beauty-Produkte, die diesen Monat in die Drogerie kommen werden, die als neu deklariert sind. Und vielleicht kann ich auch schon zu dem einen oder anderen ein paar Meinungen abgeben. Wenn ihr nicht die letzten sieben Tage unter einem Stein gelebt habt, dann werdet ihr feststellen, dass die komplette Beauty-Welt schon wieder explodiert ist. Ich weiß nicht was und ich bin froh, dass wir hier in Deutschland in der Beauty-Community nicht jeden Tag ein neues Drama haben, falls ihr nicht wisst, worum es geht. Charlotte Tilbury ist eine Hexe, das wusstet ihr schon. Also das hatte ich euch neulich schon gesagt, angeblich. Eine Mascara hat noch nie so viel Drama gemacht wie diese Mascara. Und es ist so schlimm gewesen, dass in Amerika Jeffree Star, James Charles und Jaclyn Hill alle wieder zurückgerufen werden. Also es ist viel, viel los. Ich bin gespannt, wie sich das die nächsten Tage ergibt, aber ich will nicht so viel über Drama hier reden. Wir reden heute über schöne Dinge und zwar Drogerie-Neuheiten. Und dafür rutsche ich wieder ein Stückchen zur Seite, damit ich euch alles hier einblenden kann. Falls ihr neu seid, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Euch kostet es nichts, mir bedeutet es die Welt. Und auch nochmal an dieser Stelle ein dickes, 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 dickes Danke an euch für auf allen Plattformen über 100.000 Abonnenten und Abonnentinnen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und jetzt muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Ich habe schon überlegt, ob ich für YouTube, Instagram und TikTok jeweils eine Verlosung mache beziehungsweise so ein Gewinnspiel oder so ein kleines Danke. Wir hatten das Problem ja schon vor ein paar Wochen mit YouTube, dass ich nicht wusste, was ich machen soll. Ich habe mir überlegt, vielleicht schreibt mir gerne eure Meinung dazu, dass ich dreimal 100 Euro oder vielleicht mache ich auch 6x50, mal schauen, Lebensmittelgutscheine, also ein Rewe-Gutschein, ein Kaufland-Gutschein oder irgendwie sowas. Weil ich glaube, das ist das, was wir am meisten brauchen und hat für mich einen höheren Wert als eine Handtasche oder so. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu. Ich bin wieder ein klitzekleines Stückchen zur Seite gerutscht und hüpfe direkt mit meinem Telefon auf als erstes die DM-Webseite, denn dort sind immer recht spannende Neuheiten drin. Ich sortiere natürlich immer erst mal nach Make-up und schaue bei Make-up-Neuheiten, weil ich glaube, das ist das, was uns am meisten interessiert. Und ich sehe da tatsache auch schon das erste Produkt. Und das sind neue Lip-Produkte von NYX. Das sind die Smooth Whip Lip Creams. Die gibt es in verschiedenen Farben und sind recht günstig hier. Also hier sehe ich 4,95 Euro. Das ist, oder ist das das Mini? Ach, das ist die Mini-Version 4,95 Euro. Die gibt es aber auch, glaube ich, so in Neu. Das soll so eine ganz spannende Textur sein. Ich habe sie auch schon im Laden geswatcht. Die sind wirklich wie so ein Liquid Lipstick, ein bisschen mousiger, aber totmatt. Und ich finde auch nicht, dass sie so sind wie ein Liquid Lipstick, so fest, sondern die haben noch ein bisschen Bewegung, sind aber matt. Gibt es in vielen, vielen verschiedenen Farben und sah auch wirklich sehr, 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 sehr spannend aus. Ich habe auch, glaube ich, eine gekauft. Die ist aber, glaube ich, da hinten in der Tüte noch. Also wenn euch hier irgendwelche Produkte interessieren und ihr sagt, okay, Maxim, hey, kannst du die Sachen kaufen, damit du sie testen kannst, schreibt es mir auf und nach diesem Video gehe ich dann wieder in die Drogerie für euch. Das neue Catrice-Sortiment ist jetzt auch online bei DM verfügt. Wir haben die Mascara, wir haben die Paletten und wieder viele, 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 viele Nagellacke. Also das, das müsst ihr mir verraten, weil ich mich mit Nagellacken wirklich, wirklich gar nicht auskenne. Ist das nicht ein bisschen viel? Also das ist ja wirklich so viel. Make-Up-Launches sind schon sehr viel geworden. Aber Nagellacke, da kommen ja jeden Monat 100 neue Farben raus. Kommt ihr da noch hinterher? Nagellacke, Nagellacke, Nagellacke. Uh, hier ist was Neues. Eine neue Nagellimited Edition von Essence. Und zwar die Fake It Till You Make It Limited Edition. Die ist für Nägel. Und da gibt es verschiedene Press-on-Nails. Also nagelkünstliche Nägel, die man sich auf die eigene Nägel klebt. Wir haben welche mit Glitzer-French. Wir haben so ein bisschen Baby-Boomer-Style. Und dann noch ein bisschen was Ausgefalleneres. Das ist so ein bisschen Holo-Glitzer und so ein paar Streifen. Sehen ganz spannend aus. Vielleicht habt ihr sie ja auch schon getestet. Vielleicht tragt ihr ja auch Press-on-Nails. Dann schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich habe da nicht so viel Erfahrung mit. Und hier ist auch schon wieder was Neues von L'Oreal. Ein Lippenstift. Und zwar der Infallible Two-Step Lippenstift. Das ist ganz spannend. Sekunde, das muss ich mir anschauen. Kuss-echter Lippenstift. Feuchtigkeitsspendende Formel mit Hyaluron. Geht für geschmeidige Lippen und optimalen Tragekomfort. Passt sich jedem Hautton an, verhindert das Austrocknen der Haut. Für ein Ergebnis wie frisch aufgetragen. Farbe, die nicht verblasst. Zwei Schritte intensive Farben. So sorgt die Technologie mit Farbbooster für satte, strahlende Farben bis zu 24 Stunden Halt. Das müssen wir testen. Ihr habt auf der einen Seite so ein Balsam. Und auf der anderen Seite sieht es so ein bisschen aus wie so ein Liquid Lipstick. Ich glaube, das gab es auch schon mal von anderen Brands in anderen Verpackungen. Ich habe damit aber ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich glaube, Rival Love's Me hatte so ein Ding mal. Da hast du auf der einen Seite ein Liquid Lipstick und auf der anderen Seite so ein Gloss oder so ein Balsam. Und das hat wirklich bombend festgehalten. Gibt es in 10 verschiedenen Farben. Sehen sehr, sehr hübsch aus. Muss ich mir definitiv ein paar bestellen, um sie auszuprobieren. Hier ist die Superstay Powder Foundation. Die habe ich ja tatsache auch schon in einem eigenen Video dafür getestet. Das ist ganz spannend. Also ich habe mir noch mal ein paar Gedanken gemacht. Ich muss sagen, ich habe sie wirklich gerne benutzt. Ich glaube aber, dass das eher etwas für mich sein wird im Sommer, wenn ich mehr Make-up trage. Also wenn ich eine Full Coverage Foundation trage und dann nicht so schnell ölen will und so ein bisschen auffreschen will. So als eigenständige Foundation ist sie, glaube ich, mir zu ein bisschen... Sie ist ja nicht trocken gewesen, aber ich bin lieber ein Freund von flüssigen Foundations. Ich finde, das sieht auf der Haut einfach immer noch ein bisschen natürlicher aus und nicht so Maskenhaft. Ansonsten war es aber eine gute Foundation. Ich habe ein paar Kommentare gelesen, dass die Shade Range wohl sehr, sehr schwierig gewesen sein soll. Ich habe sie auch gemerkt. Ich hatte die 40 und ich sah aus wie ein Tortilla Chip mit Käsegeschmack. Hier ist auch schon die Telescopic Lift Mascara. Die habe ich ja euch letztens, glaube ich, schon mal gezeigt. Das ist eine, ich habe sie auch gerade drauf, das ist eine gute Mascara, aber das Drama da drumherum ist wirklich fies. Und da muss ich ganz kurz drüber reden. Es betrifft uns hier in Deutschland auch in dem Sinne uns Creator zumindest, weil das dann halt suggeriert, dass alle Influencer so böse sind und so viel lügen. Und das finde ich nicht in Ordnung. Und da hat Michaela uns allen echt gar keinen Gefallen getan und sich am wenigsten. Fand ich völlig daneben. Es gibt was Neues von Maybelline. Das müsst ihr mir aber verraten. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ich glaube, das gab es doch schon mal, oder? Das ist das Tattoo Brow 36 Stunden Augenbrauengel. Das hat zwei, also ein Bürstchen mit zwei verschiedenen Seiten. Das sieht mir ein bisschen aus wie so ein Augenbrauengel einfach und ich verstehe dieses Tattoo Brow noch nicht. Soll auch vegan sein und soll natürlich dichter aussehende und geformte Augenbrauen bringen. Bis zu 36 Stunden halt. Flexwear Formel hält die Farbe und sorgt für ein leichtes Tragegefühl. Vegan Formel, Wisch- und Wasserfest und auch schweißresistent. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Augenbrauengel. Da müsst ihr mir mal so ein bisschen helfen. Was erwartet ihr von so einem Augenbrauengel? Dass es das einfach nur hält oder dass, wenn ihr sehr helle Haare habt beispielsweise, eure Augenbrauen einfach nur gefärbt sein sollen. Weil so danach sieht das für mich so ein bisschen aus. Es kam ja auch mal eine Zeit lang die Limited Editions oder generell Augenbrauenprodukte, die konntest du dann so abziehen und dann hast du die Haut eingefärbt. Das fand ich eigentlich ganz cool. Das sah auch immer sehr spannend aus. Für so ein Augenbrauengel habe ich dieses Tattoo Brow Ding noch nicht verstanden. Aber ich glaube, das ist halt so ein typisches Ding, dass wenn eine Reihe gut performt, so wie die Super Stay, dann wird halt alles andere auch mit Super Stay gemacht. Genauso wie bei Charlotte Tilbury. Pillow Talk Lippenstift, Pillow Talk Primer, Pillow Talk Sitting Spray, weil man dann damit ein gutes Produkt assoziiert. Schauen wir nochmal kurz, was es in der Pflegekategorie Neues gibt. Da gibt es von B-Routine neue spannende Masken. Coco Loco, Rosy Josy und O-O-Aloe. Und es gibt für 1,55 Euro, das ist ein guter Preis. B-Routine ist ja immer so ein bisschen teurer gewesen. Das scheint mir aber ganz gut zu sein. Ich bin nicht so ein großer Freund von B-Routine, von diesen Ampullen, die mag ich gar nicht. Das sieht aber ganz spannend aus. Genauso wie das hier, das Beauty Hyaluron Serum von Balea. Das sieht sehr, sehr spannend aus. Und es sieht mir so ein bisschen aus, als hätte Balea das Logo so ganz leicht angepasst. Es sieht so ein bisschen mehr Vintage aus. Das soll ein siebenfaches Hyaluron Serum sein. Für sofortige Glättung, für sofortige Straffung, spürbare Faltminderung, ein pralleres Hautbild. Mit siebenfach Hyaluronsäure. Und das Ganze für 4,95 Euro. Irgendwas sieht da anders aus. Ich glaube, das ist das Logo. Balea habt ihr das Logo geändert. Sieht sehr spannend aus, werde ich besorgen auf jeden Fall. Ich probiere so ein paar verschiedene Sachen geradeaus. Was es auch neu gibt, und da muss ich sagen, das ist wirklich sehr, sehr gut. Ich war neulich in einer Masterclass von L'Oreal für das neue Vitamin C Serum. Es gibt einmal das Serum Revitalift Clinical Vitamin C. Das ist schweineteuer. 20 Euro für ein Vitamin C Serum finde ich persönlich schon sehr, sehr hoch. Es gefällt mir aber ganz gut. Ich bin tatsache nach der Masterclass wirklich nochmal in den DM gefahren, habe es mir gekauft. Und first impression, es ist sehr gut. Genauso wie die Lichtschutzfaktor Creme, beziehungsweise die Sonnencreme. Die kostet in Anführungszeichen nur 14,95 Euro, hat Lichtschutzfaktor 50 plus UVA, UVB. Und ich trage sie auch heute unter der Foundation. Du hast keine Rückstände. Also sie zieht wirklich sehr, sehr gut ein, auch wenn du viel nimmst. Kurz ist ein Rückstand und der ist dann innerhalb von zwei Minuten weg. Sie fühlt sich sehr leicht an und bis jetzt habe ich sie auch gut vertragen. Sie riecht halt nach Sonnencreme, hat aber auch noch Skincare... Oh nein. Hat aber auch noch Skincare-Eigenschaften mit drin. Ich glaube, Hyaluronsäure war hier auch noch mit drin. Ist für den Winter eine gute 50er-Creme und angeblich ist diese Vitamin C-Reihe auch ein gutes Dupe zu der, ich glaube, La Roche-Posay Vitamin C-Reihe. Gehört ja alles zusammen am Ende und das ist ja oft so, dass dann der Mutterkonzern das nimmt und dann ist es wieder in Ordnung. Also es gibt Neuigkeiten von... Es gibt viele Skincare-Neuigkeiten. Von Neutrogena, ein Retinol-Boost, 50ml und 30ml. Das soll parfumfrei sein und ein intensives Nachtseum und eine intensive Gesichtspflege sein. Bei Neutrogena bin ich so ein bisschen skeptisch und da bin ich gespannt, was die Skincare-Expertinnen alle bei TikTok sagen. Wie die Produkte performen, da habe ich keine Ahnung. Es gibt aber auch eine neue Reihe von L'Oreal, die Glycolic Bright-Serie. Da gefällt mir das Packaging sehr, sehr gut. Das ist so ein bisschen irisierend. Wir haben auch ein Serum, wieder 19,95. Ey, die Preise sind... Haben die hochgezogen bei Skincare-Produkten? Das ist schon ganz schön... Ganz schön... ...happig, ne? Aber vielleicht ist es gut. Hüpfen wir noch einmal kurz zu Rossmann rüber und schauen, was es dort in der Make-Up-Welt Neues gibt. Auch hier sortiere ich einmal nach Neuigkeiten. Und da haben wir gleich schon das komplette Catrice-Sortiment. Und den neuen Lipgloss von Bad Moms J. Bad Moms J ist eine Rapperin, die hat jetzt ein Lipgloss rausgebracht. Der sieht ganz spannend aus, soll wohl nach Kokosnuss und Vanille riechen. Ich habe ihn tatsache noch nicht gefunden. Wenn ihr wollt, teste ich ihn. Wahrscheinlich wird das dann aber kein ganzes Video, ne? Also der kommt halt in so einer Quetschtube. Ich bin nicht der größte Fan vom Packaging, aber sie hat es ganz gut erklärt. Sie wollte, dass man den Gloss rüber machen kann, ohne dass der so schmierig wird. Ihr kennt das, ne? Wenn ich einen durchsichtigen Gloss habe und dann mit dem Füßchen wieder reingehe, habe ich am Ende das ganze Gloss versaut mit rotem, grünem, gelben, orangefarbenem Lippenstift. Oh, ein Bio-Frucht-Riegel ist auch in der Make-Up-Kategorie... ...Make-Up-Kategorie mit drin. Ja, im Prinzip sind das recht ähnliche Produkte wie auch bei DM. Hier gibt es beispielsweise noch einen neuen Liquid Lipstick von Physicians Formula. Von dem haben wir auch lange nichts mehr getestet. Vielleicht sollten wir das nochmal machen, oder? Ja, und ich glaube, das war es tatsächlich auch schon von spannenden Neuigkeiten. Schreibt mir gerne, auch generell, wenn ich Produkte euch jetzt hier nicht gezeigt habe. Gibt es Produkte, wo ihr sagt, die interessieren euch vielleicht, die sind neu rausgekommen, die wollt ihr gerne mal getestet haben. Schreibt mir das in die Kommentare. Ich bestelle alles, ich hole alles und teste das für euch. Das ist nämlich meine Aufgabe und die habe ich mir dieses Jahr auch nochmal ganz bewusst vorgenommen. Ich teste für euch die Produkte, damit ihr nur die Dinge kauft, die auch wirklich gut sind. Und da könnt ihr mir vertrauen. Ich teste sie auf Herz und Nieren und freue mich auf eure Kommentare. Vielen, vielen Dank, ihr süßen Mäuse. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald wieder. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.